Countdown! Noch 18 Tage bis zur Stone & Tech, unserem großen Branchenereignis. 13. bis 16. Juni in Nürnberg. Ich bin hier bei der Firma König. Frau Petry, Sie sind ja sicher wieder mit einem riesigen Stand dabei. Ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Mal 2015, drei Jahre her. Er hatte dann einen gigantischen Auftritt. Ich sehe hier den Plan. Ihr seid wieder groß dabei. Vielleicht können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben mit unseren Partnern zusammen wieder über 1000 Quadratmeter Fläche belegt. Wir haben diesmal neben GM natürlich unsere neuen Partner OMAC und Kommanduli mit dabei. Wir haben einen großen Bronzestand. Wir arbeiten intensiv am Messekonzept seit fast einem halben Jahr jetzt. Wir haben jetzt alles auf Hochtouren laufen. Die Agentur druckt über 160 Quadratmeter Plotze und große Bilder, wie wir nachher die verschiedenen Dinge kommunizieren wollen. Es ist so viel Bewegung im Augenblick in der Branche. Wir haben einen Automatisierungsgrad erreicht, der verrückt ist. Wir haben so viel Neues. Es lohnt sich, auf die Messe zu kommen. Es gibt viel zu sehen. Super. Mit wie vielen Leuten sind Sie denn dabei? Wir haben über 60 Fachberater auf unserem Stand. Das sind eigene und natürlich auch die Spezialisten unserer Handelspartner, also zum Beispiel Drucklufthersteller, die im Detail wirklich beraten können und den Kunden bei Kaufentscheidungen unterstützen können. Unser diesjähriges Messehighlight ist unsere Live-Arena. Die Live-Arena ist ein separater Bereich auf unserem Messestand, in dem Sie sämtliche Werkzeuge, Maschinen, Lösungen selber testen können. Wir aber auch verschiedene Vorführungen und Moderationen dem Kunden gegenüber machen und kommen Sie einfach zu uns und überzeugen Sie sich selbst von unseren Lösungen und Systemen. Getreu unserem diesjährigen Motto, alles aus einer Hand, sind wir auch dieses Jahr wieder mit allen unseren Großmaschinenpartnern auf der Starontech vertreten. Neben dem Brückensägenpartner GMM, den Sie schon vor drei Jahren gesehen haben, haben wir dieses Jahr neu im Programm OMAG im Bereich Bearbeitungszentren und Kommanduli beim Kantenschleifen. Wir sind selber mit fünf Technikern, einer davon bin ich, für Sie auf der Messe vertreten und freuen uns, Ihnen alle Fragen zu beantworten. Hier im Logistikzentrum lagern 8.500 Produkte. Hier suchen wir auch alles zusammen, was wir für die Messe brauchen, richten die Ware, verpacken sie und schicken sechs LKWs voll mit Ausstellungsmaterial und Werkzeugen nach Nürnberg. Der erste LKW ist schon gepackt. Wir sehen uns auf der Starontech! D